Athene sprach in all ihrem Kummer die Gedanken an ihren Odysseus. Vater Zeus, Odysseus liegt auf der Insel fest und in heftigen Schmerzen. Dort, im Palaste der Nymphe Kalypso. Sie zwingt ihn zu bleiben. Ohne Schiff und Mannschaft kann er aber ins Land seiner Heimat nicht gelangen. Ohne Schiff und Mannschaft kann er aber auch ins Land seiner Heimat nicht gelangen. Ohne Schiff und Mannschaft kann er aber auch ins Land seiner Heimat nicht gelangen. Ohne Schiff und Mannschaft kann er aber auch ins Land seiner Heimat nicht gelangen.